Ja, aber ich habe da jetzt noch zwei Ideen dazu, nämlich dass halt auf der einen Seite dieses Firefest gerade, glaube ich, in Mitteleuropa sehr, wie sagt man, sehr verpönt ist, weil das als unsozial gilt, was eben interessant ist, weil wir im Artikel ja auch mehrfach darauf hingewiesen haben, kann man das eigentlich als sehr sozial bezeichnen, weil wie unsozial ist es eigentlich, jemanden in einer Stelle und in einem Team zu lassen, wo er offensichtlich nicht hineinpasst, dadurch dann vermutlich auf Widerstände stößen wird, vielleicht auf Ablehnung stößt, unter Anführungszeichen ausgegrenzt wird. Also ich meine, das sind alles Gründe, die sehr negativ sind und sehr unsozial oder asozial, vielleicht ein besseres Wort, gegenüber der Person sind. Also das ist eigentlich mehr so ein, die Augen verdecken vor den Tatsachen, die einfach da sind. Und deswegen ist ja eigentlich sehr interessant, dass das bei uns so gesehen wird. Und gleichzeitig glaube ich auch, dass man sich natürlich mit dieser schnellen Kündigung eingestehen müsste, okay, da habe ich jetzt einen Fehler gemacht und dafür sind vielleicht nicht alle oder noch nicht oder so in der Lage, das einzugestehen. Weil es würde ja heißen, also ich habe den eingestellt und jetzt habe ich feststellen müssen, der ist nichts. Und in Wahrheit natürlich wieder wird es von Größe zeigen und zeigen, dass du es verstanden hast, worum es geht etc. Aber gleichzeitig sind wir da scheinbar in einer, wie sagt man, in einer Situation verhaftet, wo es vernünftiger ist, eben die Augen zuzumachen und durch, obwohl es für die Firma schlechter ist, obwohl es für die Mitarbeiter schlechter ist und auch für das Team, wie wir schon gesprochen haben.